Mein Name ist Seyfried Herbert, ich bin der Veitler in Hof, in Githof 1, in Waldzell, Oberösterreich. Ich bin ein Waschächtler im Viertler und das ist mein Hof. Ja, ich habe drei Kinder und alle meine drei Kinder haben eine landwirtschaftliche Fachschule besucht und sie bestehen darauf, den elterlichen Hof zu übernehmen. Wenn ich jetzt keine Investition gemacht hätte, dann wäre das in 10, 15 Jahren nicht mehr möglich, den Betrieb zu übernehmen. Dadurch habe ich dieses Gebäude geschaffen. Die Kühe sind viel gesünder und fühlen sich wohler als wir im alten Stall. Fast keine Fliegen durch die Offenheit und dadurch haben wir durch das Wohlbeifinden der Kühe im Stall die Milchleistung um ca. 10% erhöhen können gegenüber dem alten Stall. Die wichtigen Argumente von Delaval waren die Schieberbahn, die Gummimatten. Die Jungtiere fühlen sich sehr wohl auf den Gummimatten. Die Schieberbahn entmistet tadellos. Es wird trocken auf den Laufbahnen. Beste Klauengesundheit. Ich habe hier drei Schieberbahnen eingebaut. Dann die Tränkeanlagen, das ist alles von Delaval mit Heizung. Über den Winter habe ich keine Probleme mit eingefrorenen Tränkepäckern. Dann haben wir auch die Kuhbürste von Delaval. Die, was immer im Betrieb ist, Tag und Nacht. Die hat keine Pause. Die Tiergesundheit merkt man an den Zellzahlen der Eutergesundheit. Die Eutergesundheit ist gestiegen. Wir haben weniger Mastritis-Probleme. Die Klauengesundheit ist gestiegen. Fast keine Klauenbeschwerden bei den Tieren. Und überhaupt das ganze Wohlbefinden von den Tieren hat sich gesteigert. Die Tierarztkosten sind sicher um 50% gesunken. Und auch die Dikosen für Klauenpflege sind praktisch gesagt auf fast null pro Tier gesunken.